Und es geht wieder weiter, ich habe nicht mal 5 Minuten Pause gemacht, ich will das jetzt schaffen. Ich bin immerhin bis zu dem Boss gekommen und da kann ich ihn dann auch besiegen. Also, das muss doch möglich sein, das muss schaffbar sein. So, ja, alle Waffen wieder auf Level 1, ist mir klar. Und, hoch, jawohl. Bam, bam, Level ab, gut. Und, ah, ich habe eigentlich viel zu wenig Raketen. Irgendwie sammle ich jetzt nur die Hälfte auf. Shit, ich habe keinen Booster mehr gehabt. Das war natürlich jetzt ein Fail, aber was soll's, 24 Sekunden eurer Zeit verschwendet, jawohl. Sowas macht das Spaß. Okay, nochmal von vorne. Und, ja, das Schild da unten sagt ja immer noch, willkommen zurück in der... Hölle? Okay. Zwei Sekunden und sechshundert, äh, zehntel Sekunden. Ein neuer Rekord, jawohl. Zwar ist der Rekord nichts, worauf ich stolz sein könnte, aber... Was soll's? Nochmal. So, möglichst wenig Booster wie möglich... Äh, meh, meh, bläh. Wenigstens, so wenig Booster wie möglich verschwenden, wollte ich eigentlich sagen. Gut. Kannst zurück ausgerüstet bleiben. Und... Äh... Ich verschwende gerade, glaube ich, ziemlich Raketen. Gut, was soll's. Lebenskapsel. Ich kriege ja später noch mehr Raketen durch die ganzen Engel, die ich dann abschlachten muss. Finde ich... Genug. So, Curly, komm mit. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn wir hier in den Sacred Grounds überleben wollen. Mhm. Mhm. So, ich muss erstmal die Engel ausschalten. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Ihr seid ziemlich nervig, ihr Engel. Wisst ihr das überhaupt? Hat euch das schon mal jemand gesagt? So... Vorher? Bevor ich hierher gekommen bin? Bestimmt. Ah, nein. Oh Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Hallo. Jetzt möchte ich hier einfach runter, bitte. 15. Okay, ich hab noch 15, aber man... Ich kann ja hier einiges sammeln. Das heißt, wenn ich vorsichtig bin und mich nicht treffen lasse, dann ist das in Ordnung. Ah, ich hab vergessen, dass von oben welche kommen. Ich mag euch nicht, wenn ihr von oben kommt. Oder so von hinten. Das ist total asozial. Oder das total überraschend kommt. Wenn ich das nicht hervorsehen kann. Äh, vorhersehen kann. Egal, was ich meine. Raketen... Raketen hab ich immer gerne. So, oder Unsinn. Du kriegst mich nicht, du Engel. Genauso wenig wie die Pressen hier. So, stirb doch bitte. Danke. Und du sollst bitte auch sterben. Ja, stirb... Stirb doch. Stirb doch, danke. Mein Herz, danke schön. Herzen nehme ich gerne an. Ähm... So. Du erwischst uns nicht. Und du auch nicht. So. Ihr müsst leider bitte sterben. Also, was heißt leider? Ihr müsst sterben. Einfach so. Wah! Ich mitlade euch nicht. Ihr seid einfach böse. Weil ihr so viele seid. So. So, so, so. Herz. Gut, wir sind schon wieder auf 31 Leben. Das läuft dann doch etwas besser jetzt. Also gut. Im Gegensatz zu vorher, wo ich hier... Das weiß ich, wie oft gestorben bin. Weil ich einfach zu blöd war, die Engel nach und nach einfach auszuschalten. Und gedacht hätte, oh, da spawnen unendlich viele. So, ein Treffer, ein Tod. Ein Treffer, ein Tod. Was auch total viel Sinn macht, um das zu sagen. Komm, ne? Komm, Nemesis. Nemesis kann ich ausschalten. Und ja. Oh, Raketen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Hm. Möchtest du vielleicht? Nein. Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. So. Ihr, sterb bitte auch sofort. Und dann gehe ich hier hin und dann direkt nach oben feuern. Denn dann kommen wieder böse, böse Engel. Von wegen Engel sind hier total unschuldig. Und weiß, ne? Also weiß, in weiß geklemmert sind sie ja schon. Aber sie sind alles andere als unschuldig. So. Erstmal hier in aller Ruhe. Du darfst explodieren. Ich möchte auch vorher die Herzen haben. Danke. Wobei, ihr hättet es mir auch nachher holen können. Aber das ist egal. Ich möchte einfach nur noch durch. Ist egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Und Hauptsache, ihr sterbt gleich. Und lasst mich... Oh Gott. Das war knapp. Lasst mich hier leben durch. So. Du kannst so sterben. Und ihr... Ihr könnt... Nein, ihr könnt nicht so sterben. Okay. Ich lasse den UMS da wieder mal die Arbeit machen. Das ist, glaube ich, hier am sinnvollsten. Ich habe schon wieder 41 Leben. Okay. Das läuft doch besser, als ich gedacht hätte. Das heißt, ich kann mich eigentlich ziemlich oft treffen lassen. Da in den Gang, wo die Steine runterkommen. Hallo. Triffst du den mal nach oben? Danke. Ich kann mich da ziemlich oft treffen lassen. Hauptsache, ich komme durch. Und sterbe nicht. Wenn ich dann hier vorsichtig vorgehe. Läuft es gut. Und. So. Noch einmal bitte. Los. Los. Hallo. Ja. Möchtest du? Hallo. Triff den doch mal. Ja. Die Whimsicle... Der Whimsicle Star möchte leider nicht so, wie ich möchte. Oh, ich kann nicht... Jetzt hat er sogar die da oben getroffen. Toll. Kommt ein bisschen spät, ne? So, du... Oh. Wow. Cool. Perfekt ausgewichen hier. Hoffe ich. Ich habe nicht gesehen, ob ich getroffen wurde oder nicht. So. Du möchtest auch sterben, du dicker Engel. Danke. Gut. Mein Herz ist nämlich auch gerne für mich. Mhm. Mhm. So. Eine. Zwei. Drei. Nein, nicht drei. Drei. Jawohl. Aua. Na, was? Oh nein. Ich habe nicht auf den kleinen Engel geachtet. Jetzt hat er mir acht Schaden gemacht. Mit seinem dummen Geschoss. Du blödes Mistvieh, ey. Nein. Ich brauche doch die Lebensenergie. Mann. So. Oh ja, Herzen. So. Erstmal... Ach, da kommen noch mehr von euch. Ja, toll. Wirklich großartig. Ihr seid so liebenswerte kleine Engelchen. Ich habe euch zum Abschießen gerne. So. Bitte sterben. Du auch bitte. Denn ich mag das nicht, wenn da unten noch einer hockt, der mich abfeuert. Okay, okay. Ich kriege die Herzen wieder rein. Fast wieder volle Lebensenergie. Gut. Das hat mich Gott sei Dank nicht so viel ausgemacht, dass ich von dem einen mit acht Schaden getroffen wurde. Gut, gut, gut. Ähm. Ich gehe einfach mal gekonnt hinter dich und bringe dich von hinten um. Wenn ich hier runterfalle, kriege ich vielleicht dich auch schon. Jawohl. Und nein, das war nicht so der Brenner. Jawohl. Jawohl, jawohl. Wunderbar. Habt ihr das gesehen? Ich habe wieder volle Lebensenergie. Jetzt kann das noch sterben, bitte. Oh, ich finde das so toll, dass ich jetzt mit Curly zusammen kämpfen kann. Wir bilden eine Einheit. Wir sind sowas wie die Power Rangers, die dann zusammen einen Riesenroboter bilden. Naja, fast. Also wenn ich hier runtergehe, kommen doch wieder von da die ganzen Mistviecher. Ja, ich hasse euch. Ich hasse euch sowas von. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, euch auch. Die Götter zusammen müssen. Das passiert euch alle. Hm. Erstmal das Ding aktivieren. Äh. Mistviecher. Da ist noch einer. Komm her. Jawohl. Dann können wir jetzt in aller Ruhe hier durch. Hoffentlich. Nein, nicht zu weit nach vorne. Dann treffen wir mich mit den Pfeilen. Okay, eins, zwei. Rüber. Rüber, rüber, rüber. Und nach oben. Und zur Seite. Und nach oben zur Seite. Nach oben zur Seite. Nach oben zur Seite. Nach oben zur Seite. Ich werde getroffen. Das ist überhaupt nicht... Hallo, wie viele Engel sind denn das? Okay, okay. Ich habe mich zu oft treffen lassen. Ja, das war überhaupt nicht gut. Jetzt... Aber vielleicht geben die... Guck mal, wie viele Herzen unten in den Stacheln liegen. Und ich komme einfach nicht dran. Weil da Stacheln sind. Das ist... Hm. Naja, du gibst mir noch ein Herz. Dankeschön. Das ist, als ob die mich verhöhnen wollten. Komm, dich kann ich auch noch aktivieren. Die Kollegen sind auch schon alle explodiert. Von daher aktiviere ich dich auch mal. Wow. Du musst auch passen, in welche Richtung ich hier meinen Controller drücke. Also mein... Ich spiele ja mit Analog-Stick. Mit Analog-Stick kann ich hier einfach besser umgehen als mit dem Steuerkreuz oder mit der Tastatur. Ich habe Kirby ja noch mit der Tastatur gespielt. Und hier habe ich auch einmal ganz am Anfang eine Aufnahme gemacht. Irgendwie so 50 Minuten. Und die ist mir dann sowieso misslungen. Irgendwie... Also beziehungsweise ich habe sie aus Versehen gelöscht. Und da habe ich auch mit der Tastatur gespielt. Und ich bin total oft gestorben. Also das ist... Ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt hier mit Tastatur das zu machen. Sacred Grounds. Ah, nee. Okay.